An den § 567 kann in § 794 Abs. 1 Nr. 3 kommentiert werden, weil es sich auf die Beschwerde bezieht. Weil es sich bei der Beschwerde um ein Rechtsmittel handelt, kann außerdem der § 97 kommentiert werden. § 567 Abs. 1 Nr. 2 setzt voraus, dass eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich ist. Das ist gemäß § 128 Abs. 4 grundsätzlich der Fall, wenn es sich nicht um ein Urteil handelt. In § 569 Abs. 1 Satz 1 ist von der Notfrist die Rede, deshalb kann in § 224 Abs. 1 kommentiert werden. § 569 Abs. 1 Satz 3 enthält die Begriffe Nichtigkeits- und Restitutionsklage. Diese sind in den § 579 und 580 geregelt. Gemäß § 569 Abs. 3 kann die Beschwerde unter Umständen auch durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden. In diesem Zusammenhang ist § 129a relevant. Der in § 569 Abs. 3 Nr. 1 genannte Anwaltsprozess ist in § 78 näher ausgestaltet. An § 569 Abs. 3 Nr. 2 können die § 114 folgende kommentiert werden, weil sie die Prozesskostenhilfe regeln. Die Kommentierung des § 129a an den § 571 Abs. 4 ist sinnvoll, weil sie sich auf die Erklärung zu Protokoll bezieht. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Beschwerde werden in § 572 Abs. 2 Satz 1 genannt. Die Stadthaftigkeit ist in § 567 normiert. Regelungen zur Form ergeben sich aus § 569 Abs. 2 und 3. In Bezug auf die Frist ist der § 569 Abs. 1 zu beachten. Da im Prinzip das Prüfungsschema kommentiert wird und das in einigen Bundesländern verboten ist, ist bei der Kommentierung Vorsicht geboten. In § 567 Abs. 3 ist vom Beschwerdegericht die Rede. In diesem Zusammenhang sind der § 72 Abs. 1 Satz 1 GVG und der § 119 Abs. 1 GVG relevant. Da der § 573 Abs. 1 von der Notfrist spricht, kann der § 224 Abs. 1 kommentiert werden. Die Erinnerung kann gemäß § 573 Abs. 1 Satz 2 zur Protokoll der Geschäftsstelle angelegt werden. Deshalb ist die Kommentierung des § 129a sinnvoll. An den § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 kann als Gegenverweis der § 7 Abs. 2 EGZPO kommentiert werden. Daraus ergibt sich, dass die Rechtsbeschwerde beim BGH einzureichen ist. § 574 Abs. 4 Satz 1 spricht von der Notfrist. § 224 Abs. 1 enthält weitere Ausführungen zur Notfrist. Da auch der § 575 Abs. 1 von der Notfrist spricht, kann auch an diese Norm der § 224 Abs. 1 kommentiert werden. Mit dem Rechtsbeschwerdegericht im Sinne des § 575 Abs. 1 Satz 1 ist der BGH gemeint. Das ergibt sich aus § 133 GVG. Die Begründung der Rechtsbeschwerde muss gemäß § 575 Abs. 3 Nr. 1 die entsprechenden Anträge enthalten. Diese grenzen gemäß § 577 Abs. 2 auch den Prüfungsumfang ein. § 575 Abs. 4 Satz 1 spricht von den allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze, also von den § 129 folgende. In § 577 Abs. 1 Satz 1 werden einige Zulässigkeitsvoraussetzungen der Rechtsbeschwerde aufgezählt. In diesem Zusammenhang sind folgende Vorschriften relevant. § 575 Abs. 1 Satz 1 für die Stadthaftigkeit, § 575 Abs. 1 Satz 1 für die Einlegungsfrist, § 575 Abs. 1 Satz 2 für die Einlegungsform und § 575 Abs. 2 und 3 für die Begründung der Rechtsbeschwerde. Bei der Kommentierung ist Vorsicht geboten, weil in einigen Bundesländern die Kommentierung von Prüfungsschemata verboten ist. Gemäß § 577 Abs. 2 Satz 1 ist die Prüfung der Rechtsbeschwerde auf die gestellten Anträge beschränkt. Diese müssen gemäß § 575 Abs. 3 Nr. 1 in der Begründung der Rechtsbeschwerde enthalten sein. Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist in § 578 folgende geregelt. § 707 setzt voraus, dass die Wiederaufnahme beantragt wurde. Gemäß § 79 Satz 1 Arbeitsgerichtsgesetz gelten die § 578 folgende in speziellen Fällen entsprechend. In § 579 sind dieselben Situationen wie in § 547 genannt. Deshalb ist eine Verweisung sinnvoll. § 579 Abs. 1 Nr. 4 regelt die Nichtigkeitsklage wegen mangelnder Vertretung. In diesem Fall gilt gemäß § 586 Abs. 3 eine Besonderheit bei der Klagefrist. An den § 580 Nr. 8 kann der § 586 Abs. 4 kommentiert werden. Dabei handelt es sich um einen Gegenverweis und eine Ausnahmevorschrift. § 584 Abs. 2 enthält den Begriff Vollstreckungsbescheid. Dieser steht gemäß § 700 Abs. 1 einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich. Mit den allgemeinen Vorschriften, die in § 585 genannt werden, sind die § 253 folgende gemeint. In § 586 Abs. 1 ist von der Notfrist die Rede. In diesem Zusammenhang ist § 224 Abs. 1 relevant. Mit der in § 586 Abs. 2 genannten Rechtskraft ist die formelle Rechtskraft im Sinne des § 705 gemeint. An den § 586 Abs. 3 kann der § 579 Abs. 1 Nr. 4 kommentiert werden, weil beide Vorschriften bei der Nichtsigkeitsklage wegen mangender Vertretung relevant sind. § 589 Abs. 1 Satz 1 normiert die Zulässigkeitsprüfung bei der Wiederaufnahme des Verfahrens. An diese Vorschrift können mehrere Normen kommentiert werden. § 578 Abs. 1 für die Stadthaftigkeit, § 587 für die Form und § 586 für die Frist. Da die Kommentierung von Prüfungsschemata verboten ist, ist hierbei Vorsicht geboten. Gemäß § 586 Abs. 1 sind Klagen vor Ablauf der Notfrist von einem Monat zu erheben. § 589 Abs. 2 bezieht sich auf diese Voraussetzung. Im Hinblick auf die Glaubhaftmachung nach § 589 Abs. 2 ist der § 294 zu beachten. In den § 592 folgender ist der Urkunden- und Wechselprozess geregelt. Dieser ist an verschiedenen Stellen relevant. Im Zusammenhang mit dem Mahnverfahren ist der § 703a Abs. 1 zu beachten. Bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit ist der § 708 Nr. 4 relevant. Im arbeitsgerichtlichen Verfahren ist der § 46 Abs. 2 Satz 2 Arbeitsgerichtsgesetz von Bedeutung. Aus diesem ergibt sich, dass die Vorschriften über den Urkunden- und Wechselprozess keine Anwendung finden. Es handelt sich also um einen Gegenverweis und eine Ausnahmevorschrift. Gemäß § 593 Abs. 2 Satz 1 müssen die Urkunden in Abschrift der Klage oder einem vorbereitenden Schriftsatz beigefügt werden. Zu den vorbereitenden Schriftsätzen enthalten die § 129 folgende weitere Ausführungen. In § 593 Abs. 2 Satz 2 ist von der Einlassungsfrist die Rede. Diese wird auch in § 274 Abs. 3 genannt. Gemäß § 595 Abs. 1 sind Wiederklagen im Urkunden- und Wechselprozess nicht statthaft. Zur Wiederklage an sich enthält der § 33 weitere Ausführungen. Das Absehen vom Urkundenprozess ist gemäß § 596 bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung möglich. Wann die Verhandlung geschlossen wird, ergibt sich aus § 136 Abs. 4. § 600 ermöglicht ein Vorbehaltsurteil im Urkundenprozess. Dieses ist gemäß § 708 Nr. 5 für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung zu erklären. Gemäß § 604 Abs. 2 Satz 1 beträgt die Ladungsfrist mindestens 24 Stunden. Sie kann gemäß § 226 Abs. 1 abgekürzt werden. Der im § 604 Abs. 2 Satz 2 genannte Anwaltsprozess wird in § 78 normiert.